Die berühmten Afterpallen Wahrscheinlich musste der große Achsserver das sein Ach du kleiner Pupfer, was willst du denn? Lass dich mal ran Ich bin hier der Chef Meine Damen und Herren, machen Sie sich auf eine perfekte Show gefahren Jetzt kommt der Sache Oh das ist das doch schon gut Oh doch, oh nein Bitte Oh, oh, jetzt mal kurz die 5 eingesuscht. Jetzt sind die Hühnerwicht. Ende der... Ja, glaube ich, genau. Ja, das ist ein Bokor, kommt von uns raus. Hammer. Das ist super, dass wir so auch nicht so machen. Genau. Meine Damen und Herren, das ist ein Bokor. Das ist einfach so viel Hühnerwicht, wo du da bist. Das ist wirklich voll zu fassbar. Aber im Moment, wenn ich das Video, kriege ich heute auch mal Lust, nicht wie jemand so gut vorliegt. Wenn man ihn von so kompetenten hat, wie die Jungs, die jetzt hier gerade unterwegs sind, die Aufraubgeschichte vorgelegt. Ich will den Maschinen wieder durch die Video. Der 3, der ist leider auf dem 2. Platz. Wir warten, als ich wieder den Eckvorderverboten habe, aber nicht auf 3. Das ist echt unfassbar. Das ist so klasse. Also die Jungs waren nicht so. Die machen richtig Alarm. Nicht nur laut, sondern nur wieder für die Wärme zu machen. Allerdings hat sich der Spielkämper jetzt noch fällt, wenn die Leute abgedrängt. Und dann werden die Jungs und Mädels da oben in Algastro, in Lübzeln, nochmal richtig mit dem Garten kommen. Da bin ich jetzt hier nicht sicher. So, noch 2 Runden zu fahren. Die Jebenschneider auf 2. Die Jebenschneider auf 3. Da oben nochmal schliessen. Da oben nochmal 1. Da oben 3. Die Jebenschneider auf 3. D. D. Und der letzte Kante, Naumann, Dieselkante ist nicht mal mit Abgebung geworden und Naumann geht in diesem Moment auf dem 6. Platz, Babel wieder vorbei. Ebenen Schneider auf 2. Auf 3 läuft ein Andreas Hill. Genau, meine Damen und Herren. Und Andreas Naumann auf dem 6. Platz, der so supergeil gestartet ist, hat leider beim Fahrzeug am Ende der geraden Eingang der Kastronkurve in den Sand gestellt.